Was ist eigentlich der wichtigste Faktor, der darüber bestimmt, ob du nach einem Vortrag, einer Keynote, einer Präsentation dem Redner, der Rednerin fasziniert an den Lippen hängst oder ob du irgendwann völlig gelangweilt den Raum verlässt? Darum soll es in diesem Video gehen. Ja, es gibt natürlich verschiedene Faktoren, die darüber bestimmen, wie ein Vortrag wirkt. Der Inhalt, ganz klar. Die Stage-Performance, die Kurzweiligkeit, das Entertainment drumherum, die Stimme, Mimik, Körpersprache und natürlich als Unterstützung Slides, Folien, PowerPoint, Keynote, welche Software da auch immer verwendet wird. Die beiden Extreme sind wahrscheinlich der Redner, die Rednerin, die zu 100% im Inhalt gut ist, aber 0% diesen Entertainment-Faktor hat. Und da erinnerst du dich vielleicht an deinen Lieblings-Universitätsprofessor, der brillant vom Inhalt war, aber wo alle nach spätestens drei Minuten eingeschlafen sind. Das andere Ende ist derjenige, der brillant unterhält, Anekdoten erzählt, Witze reißt, aber nachher fragen sich alle, naja, außer so ein paar banalen Kalendersprüchen und einer Aneinanderreihung von Anekdoten und Witzchen, war da inhaltlich so gar nichts. Na und dazwischen gibt es da noch ganz, ganz viel. Die einen legen mehr Schwerpunkt auf den Inhalt, die anderen legen mehr Wert auf die Stage-Performance, aber was genau ist es denn, was die Leute wirklich fasziniert? Und damit das Ganze nicht eine sehr subjektive Geschichte ist, habe ich mein Netzwerk gefragt und ich habe eine Umfrage gestartet, wo ich genau gefragt habe, was ist der wichtigste Faktor? Und ich habe vier Antworten zur Auswahl gegeben, der Inhalt, die Stage-Performance, die Stimme und die Slides. Insgesamt haben 141 Personen an der Umfrage teilgenommen. Das heißt, durchaus schon repräsentativ. Hier kannst du die Ergebnisse sehen und sie sind durchaus interessant, denn 49% haben gesagt, der Inhalt ist am wichtigsten. Für 40% spielt die Stage-Performance die wichtigste Rolle. 7% sagen immerhin, die Stimme des Redners, der Rednerin, die ist für mich am wichtigsten. Und für 4% sind es die Folien oder die Slides. Faszinierend, oder? Was hättest du geantwortet? Schreib mir das auf jeden Fall hier unten mal in die Kommentare rein. Und die Ergebnisse, die decken sich aus meiner Erfahrung. Ich bin ja Kino-Speaker und Vortragsredner und bin im Jahr auf zwischen 50 und 100 verschiedenen Veranstaltungen unterwegs. Und natürlich, unterm Strich ist der Inhalt immer entscheidend, denn gerade Kunden wollen in der heutigen Zeit, die wollen Mehrwert haben. Die wollen eben nicht nur Blabla, heiße Luft, Kalendersprüche, die man schon vor 30 Jahren gehört hatte, sondern die wollen Mehrwert. Die wollen neue Studien, die wollen Zahlen, Daten, Fakten und die wollen irgendetwas, was sie in ihrem Alltag anwenden können. Aber, und das ist natürlich das Entscheidende, der beste Inhalt nützt dir ja nichts, wenn das Ganze so langweilig verpackt wird, dass keiner mehr zuhören mag. Das bedeutet, die Stage-Performance, die Kurzweiligkeit, der Unterhaltungsfaktor spielt eine extremst wichtige Rolle, weil er den guten Inhalt unterstützt, verstärkt. Und wenn die Leute lachen, wenn sie aufmerksam zuhören, wenn sie in die Geschichten reingezogen werden, wenn sie sich emotional aktiviert fühlen, wenn sie während die Rednerin vorne Geschichten erzählt, an ihre eigenen Geschichten, an ihren eigenen Alltag denken, dann ist die Wirkung 10-fach, wenn nicht 20-fach so hoch. Und unterm Strich gilt, wer viel lacht, der behält besser, der erinnert besser und bei dem wirken die Botschaften und Impulse auch viel, viel nachhaltiger. Weiterhin kommt dazu, Humor, Kurzweiligkeit, Emotionalität ist die Brücke, auf der langfristige Beziehungen entstehen und ein Vortrag lebt nun mal von dieser emotionalen Beziehung von der Rednerin, dem Redner zu seinem Publikum. Das gleiche gilt für die Stimme. Das ist natürlich nicht entscheidend. Ich kenne brillante Redner, ich kenne besonders gut gebuchte Redner, die eine krächzende Stimme haben, wo irgendetwas im Dialekt nicht stimmt. Aber wenn Inhalt und Performance stimmen, dann stört das überhaupt keinen. Tja, und was die Slides angeht, es gibt Brillante, es gibt richtig, richtig gute Rednerinnen und Redner, die kommen vollkommen ohne Slides aus. Warum? Die stehen für 45, 60 Minuten auf einer Bühne im Scheinwerferlicht und sind so charismatisch. Die Inhalte sind so interessant, dass man gar keine Lust hat, irgendwo auf Folien zu gucken. Und die müssen das auch nicht als Krücke, als Korsett nutzen, wo sie einfach ihre einzelnen Stichpunkte ablesen, was ja ganz, ganz viele Redner machen. Die benutzen PowerPoint einfach für sich selber als Ablesehilfe. Und das ist einfach dämlich, weil man könnte natürlich auch dann diese PowerPoints einfach verschicken und als E-Mail innerhalb von 5 Minuten selber lesen. Da braucht es ja die Präsentation nicht. Im Umkehrschluss wird wieder ein Schuh draus. Denn wenn deine Präsentation inhaltlich brillant ist, wenn deine Stage-Performance, die Unterhaltung richtig, richtig gut ist, wenn deine Stimme dem Publikum schmeichelt, dann können Slides eine wunderbare Unterstützung sein, wo du visuelle Hilfen gibst, wo du den Leuten Bilder in die Köpfe zauberst und wo das Ganze verstärkend wirkt. Kommen wir zum Fazit. Der wichtigste Faktor eines brillanten Vortrages, einer gigantisch guten Präsentation ist immer ein Gesamtpaket. Ganz klar. Denn nur wenn Inhalt, Performance, Stimme und Unterstützung in Form von Slides gut zusammenspielen, dann wird das Publikum das Gefühl haben, wow, das war etwas Besonderes. Aber unterm Strich ist der wichtigste Punkt nach wie vor der Inhalt, weil Inhalte sind wichtig. Inhalte sorgen dafür, dass das Publikum zum Nachdenken gebracht wird, dass es mal eine andere Perspektive einnimmt und im Umkehrschluss im Optimalfall auch dazu führt, dass es zu einer Verhaltensänderung kommt, weil eben die Inhalte auch das eigene Denken, die eigene Überzeugung ein wenig herausgefordert haben. Alles andere ist ebenfalls wichtig, aber unterstützt den Transport der Inhalte und kommt daher erst im zweiten oder dritten Step. Tja, und nun interessiert mich, welche Erfahrungen hast du gemacht? Welche guten Redner kennst du und was macht diese so besonders? Und welche Antwort hättest du mir auf diese Umfrage gegeben? Schreib mir hier unten in die Kommentare deine Antwort rein und ich freue mich auf eine Diskussion und sage Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal, dein Ilja Grechkowitz.